Wir sind wieder da. Wir sind schon mal vorgefahren. Ja. Nur 300 Meter war nicht weit. Genau, mit unserem netten Mädchen im Auto. Wir haben sie Rachel genannt. Ja. Haben wir uns überlegt. So, ich fahr jetzt mal hier rein. Genau, fahr mal in die Mission rein. Wir müssen auch mal weiterspielen. Wir können nicht immer da sind. Können wir noch was machen? Mein Kandy. Ey. Eine Aufnahmefunktion? Damit ich filmnoir-mäßige Monologe halten kann? Cool. Oh, schau. Eine Enttäuschung stieg in mir auf. Ja, verstehe. Aber ich ließ die Lady ausreden. Es ist ein Audio-Scanner. Richte ihn einfach auf ein Fenster aus. Warum ist in dem Raum gesprochen worden? Du musst ihn aber von einem erhöhten Punkt aus einsetzen. Er könnte sich als nützlich erweisen. Was? Hintenfalls auch ein Kratsch. Was ist es hält draußen? Ich sollte sehen, ob ich irgendwo Hinweise mithören kann. Okay, also, da ist mir auch gezeigt, wo ich das machen kann. Ja, schick ist. Da muss jetzt hochlaufen. Und du kannst diese Statue zerstören. Die hier? Ja. Du bist schon so mächtiger Kung-Fu-Kämpfer und dann wird sich die Statue trotzdem noch. Naja. Nicht passiert. Also, ich muss jetzt da hoch. Genau. Da ist irgendwas Blaues davon. Du siehst du? Ach, hier. Du siehst du nicht. 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 Ja. Einfach mal weiterlaufen. Was ist da hinten irgendwas? Rechts von dir? Ehm, das ist nur lang. Das ist hier. Das ist nur zu sperrten. Achso. Das ist ein Event. Dann musst du erstmal die Untersuchung abschließen. Hast du die Untersuchung? Standvergad. Achso? Hast du alles mitgebracht? Oh, ich hab die Räumchen mit Flanz. So, out. Hier geht's hoch. Ah. Ja. Und wie kommt das so hoch? Das ist ein Seil, glaub ich. Gerade zu. Genau. Ach da. Einfach aufspringen. Aber diese Kamera lässt sich nicht... Ja, einfach aufspringen. Keine Angst. Oh, oh, oh. Der ist da ganz geschickt. Hm. Ich war schon dreimal gestorben bei dem Versuch, aber... Jeder kann doch unterfallen. Nein, ich glaube ich nicht. So, jetzt A drücken. Ja. Jetzt musst du wieder scannen. Halt das... Ja. Du kannst, indem du es so lange bewegst, die Sichtswarte... Du musst, glaub ich, hoch. Weiter hoch. So, ich hab die Nahrung ein bisschen. Ach, da. Ja. Warum muss ich das jetzt... Wie, das war's jetzt? Deswegen hab ich das Geld? Oder gibt's da noch was anderes? Weiß, wir müssen mal gucken. Ob da noch andere Fenster sind. Nee, das haben wir gerade gehört. Ach so. Sind da nicht Pfeile, wo du gucken kannst? Ja, ja, aber der zeigt mir nur... Ach, hier ist noch was. So, das ist alles... Da ist doch ein Pfeiler, oder? Ja, 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 ich mach's schon. Okay, okay, okay. Lass mich mal machen. So. Den hatte ich schon. Den hatte ich schon. Ja, da schräg runter, hoch. Schräg runter. Hoch, 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 hoch. Hoch nach links. Da, da, da ist er. Siehst du noch links? Ja, davon gab's ja schon zwei. Ja, ja. Verwandt. Der nun schütt ein bisschen, ne? Ein bisschen. Das ist Kenny als Erwachsener. Das Hausgab. Was? Kenny. Egal. Ah. Jetzt weißt du, wie wir uns ausgeben. Musst du nur ein bisschen Dusch und Dirk aufstehen. Ja. So, woher kenne ich diesen Namen? Ich habe ihn hochgenommen. Vor zwei Jahren. Ich sollte an seiner Stelle zum Vorstellungsgespräch gehen. So komme ich vielleicht in die Gang. Ich muss das fast kaputt machen. Ja, warte. Achso, B ist springen. Ich verwechsel das mal. Und B ist springen, gibt's dann das Schlagen. Mach's mal kaputt. Genau. Ich weiß nicht mehr Sachen. So. Da will was zusammengebaut werden. Das hast du gut gefunden. Okay, also ich gebe mich jetzt als Bucky-Button raus. Musst B gedrückt lassen. So, hervorragend. Den nehme ich nicht. Dann lassen wir lassen. Ja, ich nehme mit. In der nächsten Folge spiele ich dann wieder nur Sammelsachen. Nein, das sind immer die langweiligen. Immer die geraden, nee, die ungeraden Folgen könnte überspringen. Denn da sammelt nichts sowieso noch. Das mache ich doch gar nicht immer. Doch immer. Schreibt's in den Kommentar, ob die letzte Folge wirklich so langweilig war. Doch immer. Du musst es nie sagen. Wo muss ich jetzt hin? Stimmt gar nicht. Wo muss ich jetzt hin? Weil da unten kannst du einrechnen. Und das Haus. Okay. Du hast gesehen, der ist eben zurückgeschoben. Und dann nehmen wir uns auch ein Super-Verkruel, ne? Ja. Was ist jetzt? Herausforderung. Bring das Fahrzeug zur Werkstatt, naja. Ja, das kriegen wir. Nein, entwegen. Hey, das war ich nicht. Hey. Wie ist denn? Wie ist denn? Wie ist denn? Ja. Ja. Was ist denn? Okay. Okay, das war ich hier, der Chase. Das war mal ein Schuss. Ja. Ja. Das war mal ein Schuss. Wir haben jetzt wieder 7-10, oder? Ist denn die Axx-Aplen? Was ist denn da? Naja, aber Otto und den Karten, Otto und den Karten sind nicht mehr. Du darfst nehmen, das so mache ich nicht, ja? Ja, das reicht ja. Ah! Oh ja! Oh! Oh! Zwei, zwei, drei. Ja, ich mache vielleicht leider nach der Folge. Nein! Boah, da klaffert doch nicht. Ja, das ist ja gut, ja. Ja, ich sehe das schon, dass du gespannt hast. Ja, das kommt ja eh in die Werkstatt. Ja, das kommt ja eh in die Werkstatt. Ja, ja. Ja, ja. Hervorragend. Hab ich das nicht toll in Ihnen. Hast du. Cool. Und jetzt, was habe ich der Fahrzeug? Und jetzt hast du einen Fahrzeug eingestellt. Doha, du hast einen. Einen von kalt. Eine von kalt. Erst jetzt. Und einen Autoparkast. Und einen goldenen Stein! 13! Und jetzt muss ich hier die ganze Strecke zurück. Du kannst hier gleich noch ein Fahrzeug stehen. Ich glaube hinter dir sind noch zwei Garagen gewesen. Vielleicht können wir damit zumindest einen Teil des Weges zurücknehmen. Oh, ich kann ja das Flugzeug nehmen. Meinst du, ich kann ja welchen? Du musst mal gucken, ob das Flugzeug kommt. Das ist jetzt wieder eine Mission. Das wollte ich gar nicht. Ist das weit? Du musst sowieso in die Richtung wieder zogen, oder? Nee, bis jetzt nicht. Das ist ja ein Robusto. Nee, das hat auch ein Väter. Aber das sieht Robusto aus. Das Ziel ist ziemlich groß. Das ist ganz gut. Ich hab keine Probleme. Ich hab keine Probleme. Das Ziel ist auf der Karte noch nicht sicher. Warte und ich bin Karchen, habe ich auch hier eine Waldstunde mit Karchen gespielt. Ich bin ja, ich bin ja. Ist das denn? Ja, okay. Warum ist das denn? Warte. 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 Das wurde sogar als Fein angezeigt. Da kommt ein völlig neues zu neu. Da war ein Steinblatt, hast du gesehen. Weg 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 weg. Ja, da war ein bisschen. Da war es noch keine Ahnung. Es ist auch ein bisschen. Ich habe hier die Schöne die Abwechslung gemacht. Ich habe sie hier in der Abwechslung gemacht. Ja. So. Jetzt aber nicht noch mal eine Garage. Nee, 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 auf keinen Fall. Jetzt kannst du wieder da rein. Ja. Ja. Und was heißt? Ganz einfach einsteigen. Können wir auf der Karte vielleicht einen Bahnhof, damit wir schneller da hinkommen? Nee, nee. Müsste man die nicht immer bauen? Ja, dann wären wir jetzt nur noch Supersteine dabei. Aber hier ist jetzt auch gerade keine Maschine eingezeichnet. Keine Maschine. Ja, du guckst, das Pett ist kaputt. Oh, das waren meine Lütze. Ja, und jetzt hast du sie kaputt gemacht. Nee, aber ich kann das bauen. Deine Rufselbe ist jetzt nicht so. Strand. Ich baue keine Rufselbe mehr. Danach nehme ich nur was riesiges. Rufsteine. Aber ich glaube jetzt hier drüben gleich vor allem, wie ich noch was riesiges... Siehst du mir das, die Flower? Das könntest du vielleicht bauen, das sieht interessant aus. Das sieht nicht nach einer Rufselbe aus. Ja, warte. Ich mach das auch nicht eigentlich. X. Hm, was ist hier? A-Trampe. Eine Stuntrampe. Die Dinger sind... Vielleicht brauchen wir die Steine für was... Vielleicht brauchen wir die Steine noch, ja. Und eine Stuntsäule haben wir auch schon mal gesehen. Das ist nicht ganz so spannend. Veränder! Ach, komm schon! Ja, jetzt ist doch ganz schön weiter drüben, aber... Ja. Was machst du denn da? Ja. Ob ich eben den anderen auch nicht verraten habe, muss er machen? Autsch! Ja. Das finde ich. Ähm... So. So. Ich guck später nochmal und gib mir die Versicherungsdaten. Okay. Ja, ist das schön. Du kannst das Turbo, ne? Ja. Ja. Du hast ja jetzt das Auto gefunden. Ah, ja, ich schon alles Turbo. Nice. Aber so viel Streit hat er jetzt auch nicht alles gefühlt. Ja. A little set. Ist er wieder voll, oder? Hm? Ist er wieder voll. Oh, was ist das? Da unten, da ist doch. Ach, das soll das sein. Ah, da ist unser Zielchen. Guck mal, soweit war es ja jetzt mal. War ja auch die Stadt Auto. Genau. Aber, bevor wir da jetzt reinfahren, warten auf die nächste Folge. Echt? Da bin ich eine ganze Folge Auto gefahren? Ja. Cool. Du bist auch ein bisschen geklettert am Anfang. Stimmt. Und hast Gespräche und Glück gehabt. Hier ist sogar ein Bahnhof, siehst du? Ja. Also ihr seht das nicht, aber ich sehe das. Auf der Karte ist jetzt hier ein Bahnhof, genau. Gut. Gut. Tschüss. 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 Tschüss.